Hey Leute, hier ist der Aldemar, zurück mit, ich würde mal blöd sagen, ich bin zurück mit Mr. Prepper. Weiter geht's. Äh, so, sind wir stehen geblieben, okay, ähm, okay. Wollen wir hier leiser machen. So, okay, wir können das machen, dies machen, jenes machen. Dann, was wir machen müssen, ist Treibstoff herstellen. Wir brauchen einen Dampfgenerator, Metall, bla bla bla. Wir könnten noch einen Eimer bauen, ich glaube, das mache ich auch. Wir machen noch einen Eimer. Oh, wir haben Hunger. Scheiße, Essen ist auch ein Problem. Wir müssen mal gerade nach unserem Essen gucken. So, das ist fertig. Ja, ja, du verhungerst, ich weiß, wir wollen noch kurz hier was kriegen. Okay, das ist noch nicht alles fertig. So, dann gehen wir nach dem Essen gucken. Ja, wir können in der Mine weitergehen, da können wir weiter, äh, Zeug abbauen, bla bla bla. Aber jetzt brauchen wir Essen, das ist ein Riesenproblem. Ah, wir haben zwei Smoothies, okay. Zwei Smoothies, zwei Wasser. Mö, 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 mö. Oh, guck mal, hier ist noch ein Schrank. Schade, da ist nichts drin. Ich dachte, ich finde vielleicht noch mal Essen oder so. Hm, blöd. Der Eimer. Will der Typ den Eimer eigentlich sehen? Darf ich den haben? Ich muss damit ja eigentlich nur die Blumen gießen. Ach, scheiße. Ach, Mann! So, den zweiten Eimer auch hier hinstellen. Ist ja eigentlich nicht mehr mein Grundstück. Ich meine, was soll der da rumheulen? Ich kann es doch ganz da hinten hinstellen. Okay, jetzt gehen wir noch mal runter. Ich will noch mal kurz, äh, gucken. Dann müssen wir noch mal in den Wald. Wir müssen Bären sammeln. Ich habe eine Falle, die nehmen wir mit. Wir haben Köder, die nehme ich mit. Wo habe ich die? Wer ist die Falle? Ich weiß, dass ich sie habe. Aber da sind die Köder. Da ist noch ein Stein. Das ist egal. Das ist ein bisschen Holz. Warte mal. Äh, ja, ich weiß. Äh, hä? Die Kleintierfalle. Wo zur Hölle? Ich meine, bin ich jetzt blöd? Guck mal, wir haben dreimal Gold. Mal verkaufen. Kann auch weg sein durch einen Bug oder so. Ist möglich. Ich sehe sie nicht. Was kostet das denn? Einfache Falle. Ne, ich hatte noch gar keine gemacht. Ich hatte noch gar keine gemacht. Fünf Metall. Wir machen mal... Vorbereitung ist niedrig. Ja, wenn ich baue. Ja, ja, ich weiß. Wir gehen jetzt in den Wald. Keine Sorge. Aber erst muss man kurz ein Nickerchen machen, oder? Okay, schnell ein Nickerchen. Oh, da ist diese Gestörte schon wieder. Die spioniert mich doch aus. Ich weiß es ganz genau. Okay, mehr Bilder nicht. Gut, gut. Ja, ja. Gott schützt den Präsidenten, du blöde Kuh. Kleintierfalle. Stellen sie einfach hier auf. Okay. Aha. It's a trap. It's a trap. Dann den nächsten hier. Okay. Dann sammeln wir jetzt noch ein paar Bären. Wie gesagt, wir müssen jetzt erst unser Nahrungsproblem lösen. Ich denke mal, dass... Ich denke mal, dass wir das Problem auch... Aber ich dachte, es schneit beim letzten Mal. Es tut mir leid. Ähm. Sobald wir wieder Essen haben, und ich das Anpflanzen wieder im Griff habe, und das Saatgut holen, darf ich nicht vergessen oder kaufen. Auch bestimmt für die Rehe bräuchte ich bestimmt Bärenfallen. Das finde ich aber ein bisschen... Vorbereitungsniedrig, ich weiß. Keine Sorge. Es wird alles wieder gut. Okay, ist nix nachgewachsen. Schade. Also für einen Busch am Ende laufe ich jetzt nicht dahin. Okay, geh mal nach Hause im Keller, sollten ein paar Früchte fertig gewachsen sein. Was mit den Pilzen machen, weißt du noch nicht. Guck mal, gucken, ob es ein Pilzrezept gibt. Nö, da brauchen wir nichts. Wir haben noch genug... Komm, wir gucken mal. Was könnte ich denn kaufen? Zucker haben wir nicht. Immer noch nicht. Ich kann es irgendwie mit Rüben machen. Ich muss jetzt mal gucken, ob das überhaupt irgendwie möglich ist. Zwei. Ist das Salat, ne? Es kostet das gleiche. Aha. Ja, diesmal kein Saatgut verplempern. So, erstmal hier oben hat man noch ein paar bisschen Saatgut. Ein paar bisschen Saatgut. Wir müssen jetzt auch mal was anderes pflanzen. Mais. Das wächst bestimmt immer wieder. Mais und Orangensamen. Okay, das geht nicht. Dann halt Mais. Ach, da ist ja noch. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt mal schnell kochen. Aber man, wir sind voll müde. So viel dazu. Ich will noch kochen, bevor der Tag zu Ende ist. Ja, danke für die Samen. Ich glaube, Prepness ist alles, was ich irgendwie im Bunker mache. Ich tue mir leid. Ich achte da nicht drauf. Ich bin so... Ich weiß. Okay, warte mal. Wir nehmen das mal raus. Kartoffelsuppe. Ach, Karottensuppe. Machen wir zwei. Einer geht nur. Warte. Oh, Gott sei Dank. Blaubeeren gehen mit einer. Okay, damit können wir in die Mine gehen, würde ich sagen. Damit können wir arbeiten. Dann können wir die Kleintierfallen noch überprüfen am nächsten Tag. Ich glaube, das sollte reichen zum Schlafen gehen. Ich wollte noch gucken, ob es irgendwas für Pilze gibt. Ähm, Pilze, 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 Pilze. Karotten, Marmelade. Zucker. Pute, Hähnchen. Hähnchen. Rübensuppe, Bigos. Salathühnerbein. Okay, wir gehen schlafen. Da oben kommt jetzt immer noch das Wasser rein. Okay, wir haben noch ein paar Tage, bis der kommt. Präpnis, sehr schön. So, auf von der Mine. Wir wollen schön viel Metall sammeln. Aber erstmal die Hasen fallen. Oh dear. Ja, kein Briefträger. Okay, das ist unten. Das macht nichts. Essen holen wir schnell aus dem Kühlschrank. Wie sieht es dort aus? Ich guck mal gerade nochmal nach. Na, das da. Und den da. Na, das tun wir jetzt. Wir tun jetzt immer hier oben hin, das Wasser, ja? Da müssen wir halt ein bisschen laufen, ist mir aber egal. So, wir haben das jetzt erstmal an dem Ort. Okay, auf geht's, die Mine. Wir sind richtig frisch. Frisch! Wir brauchen einfach Metall, damit wir jetzt endlich mal vorankommen. Setz wäre wichtig. Guck mal, hier sind wieder Steindinger. Ja. Weiß gar nicht. Hier ist nix. War ich jetzt hier fertig? Ich glaube schon, ne? Wir fahren mal einfach einen weiter runter, was soll's. Ach, weiter runter geht's nicht. Ich glaube... Warte mal, wir haben doch noch so eine Karte gefunden gehabt. Da gibt's hier nicht noch irgendwo eine Karte. Gehen wir erstmal hier rein. Ja, genau so muss das sein. Geht's hoch? Geht's hoch? Aha. Brauchen wir eigentlich nicht. Okay. Ich will das ganze Benzin, was ich immer gefunden habe, jetzt nicht in diese Maschine da reinknallen. Und ich war hier schon, ne? Nein, war ich nicht! Oh, guck mal! Sehr gut, sehr gut. Ich bin voll. Dann bleibt das hier. Die brauchen wir nämlich nicht. Hm. Komm, wir nehmen mal einen hoch. Weil... Den Zugang zum nächsten Schacht finden wir wahrscheinlich hier unten irgendwo. Normalerweise. Aber das gibt's erst nach dem Full Release. Ja? Wir müssen halt gucken, dass wir hier... Ich muss die Folgen ein bisschen strecken. Bevor's weitergeht halt. Hoch. Okay, keine... Wir brauchen halt Ratten oder so. Irgendwas, was... Okay, das ist durch. Dann haben wir hier alles. Dann machen wir das Ding jetzt nochmal mit dem Treibstoff an, was wir haben. Haben wir die Jacke gefunden? Oder... Ich meine, ich kann auch sein, dass ich gar nicht... Ich hab gar nicht nachgeguckt, ne? Okay. Ich kann auch hier das Benzin reinmachen. Hier so. Ne, schade, schade. Ne, schade, schade. Nicht runter. Wir brauchen das Gelbe. Okay, Entrance. So, wir brauchen 10, um das nächste Level... Ähm... Wenigstens den Berg freizuschalten. Jetzt müssen wir erstmal in den Wald. Ich hab vergessen, nach den Wildtieren zu gucken. Es tut mir leid. Aha. Kommt bestimmt einfach nur Fleisch raus, oder? Aufsammeln. Feder. Aufsammeln. Aha. Wie mach ich den Köder eigentlich? Ich muss schon mal gucken. Aha, Holz. Haben wir den noch mit? Dann gehen wir wieder zurück, würde ich sagen, oder? Ach komm, wir gucken mal noch an der nächsten Level. Vielleicht ist auch noch Holz. Kann ich noch einen mitnehmen? Ich glaube, ich brauche Bären fallen. Aber erstmal will ich den Generator bauen. Erstmal will ich den Generator bauen. Generator's Maximus. Okay, da brauchen wir ein bisschen Wasser. Um ein Messer rumzulaufen, sieht überhaupt nicht einladend aus, würde ich sagen. Oh, wir haben schon ein bisschen Essen. Ich tue erstmal alles in den Kühlschrank. Nicht den Smoothie, den brauchen wir noch. Hä? Aha. So. Äh... Holz. Das ist fertig. Okay. Machen wir noch mal Mais. Vielleicht wächst das mal wieder dran, aber... Eher nicht, oder? Melt. Melt er. Hält er Schmelter. So. Wenn er schmelzt, dann hält er. Fünf Karotten. Da brauchen wir nicht irgendwas... Warte, wir gucken mal gerade, was wir alles machen können. Bigos, da ist es. Einmal mit Salat. Was auch immer Bigos ist, habe ich noch nie gegessen. Oh, gebratenes... Hirschfleisch. Doch, da sind tatsächlich Hirsch drin gewesen. Wir müssen jetzt mal nach den Ködern gucken. Nicht, dass ich jetzt schon alles verbraten habe dafür. Ähm. Le Köder. Le Köder. Leckere. Vielleicht kann ich auch nur kaufen. Spitzhacke. Wies mal Schläger. Ja, Stoff weiß ich noch nicht. Hm. Die nächste Wertbank geht auch. Glas. Glas. Mal jetzt keine Ezyklopädie. Vielleicht muss ich Köder kochen. Auch nicht. Hm. Muss ich Köder kaufen? Ich habe es mal irgendwo gesehen. Alter, ich bin immer so hoffnungslos verloren hier in dem Spiel. Ach, kein Brieftyp heute. Das war ja klar. Das Spiel hat es darauf abgesehen. Ist kein Köder. Aber wo kriege ich dein Köder her? Muss ich wahrscheinlich kaufen. Holzkiste, Schrank, Ofen. Wir machen nochmal eine Holzkiste. Ich komme nach unten. Jetzt endlich. Ich komme mal hier hin. Können wir dann auch mal Wasser reinmachen? Finde ich. Und Samen? Schon fertig? Zehn. Geil. Ja, jetzt haben wir genau zehn. Ist die Frage. Lohnt sich es, den Dampfgenerator zu machen jetzt? Nee, oder? Ich würde nicht sagen. Eher nicht. Weil, ich glaube, das nächste Level von dem, von dem Berg wäre am wichtigsten. Meine ich. Aber 15 Metall, oder waren es auch zehn? Das und Holz, glaube ich. Ich tue erstmal alles hier rein. Wir gehen mal schnell gucken. Ja, nein, können wir nicht. Ich bin zu müde. Schlafen. Schlaf, kleine Maus. Schlaf dich aus. Preparation start. Präpe. Le Präparation. Nee, warte schön. Ich warte mal, dass es von selbst umgeht. Aber ich muss ja drücken. So. Okay. Wir essen was. Dann gehen wir nochmal im Wald gucken. Boah, sehr schön. So, wir gehen mal jetzt gucken, wegen dem Fahrstuhl und so. Halt, erstmal Wasser. Ich hab da noch gar nichts angetan, ne? Entschuldigung. Hat der nicht gerechnet? Ah. Ah. Nee, ist direkt weg. Okay. Macht ja nix. Ich würd irgendwie gerne selber Samen produzieren, aber... Ah, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Ähm. Korotten können wir nochmal machen. Okay. Ich muss mal grad leicht machen. Soll ich mal das Metall einfach mal mitnehmen? Zum gucken. Steht hier nicht, oder? 15 Metall! Steht doch da! Mist. Wir gehen doch mal in die Mine, da haben wir ja was am Laufen. Beyoncé, die Mine. Je vinceh, die Metall. Diese Steine spawnen glaub ich auch, ne? Wir werden's ja sehen. Die man weghacken kann. Oh, immer schön am Arbeiten hier. 14, 2, 2 Gold. Sehr schön. Lohnt sich, lohnt sich. Entrance. Dann machen wir das jetzt mal schnell. Und dann können wir in die nächste Ebene. Und mal gucken. Okay. Erstmal runter. Ich weiß nicht, ob wir noch genug Holz haben, aber ich hab noch was zum Kleinen machen. Ah, bist du schon noch da? Ah, oh. Sichere Menge. Gold können wir auch nicht immer verkaufen. Wir brauchen aber auch, ehrlich gesagt, gerade gar nichts. Mais. Schnell in den Kühlschrank. Haben wir irgendwas, was wir damit kochen können? Irgendwie so Maiskolben. Korotten. Korotten, Blaubeeren, Bigos. Ist sonst noch nix da. Roasted Snake Meat. Oh, was? Snake? Achso, ich wollte noch mal kurz... Ach, können wir gleich machen. Zusammen. Lass uns mal kurz das Holz klein machen oder hier einfach unten reinwerfen. Ach, da läuft's. Guck. Lustig. Hm, jetzt müssen wir irgendwas anderes machen. Ich könnte mal kurz nach den Fallen gucken. Latsch mal ein bisschen hin und her, was soll's. So, immerhin haben wir das Essensproblem behoben. Ja, okay. Wir brauchen wirklich... Ich dachte, vielleicht wäre das wie bei Downstaff, wo du nicht immer Köder brauchst. Crap's Area. Lebensraum. Achso. Ah. Gut zu wissen. Komm, dann machen wir mal ein Nickerchen. Bis dahin sollte das Zeug ja fertig sein. Da hinten ist die Gestörte wieder. Hier sind ja ganz viele Gestörte, Leute. Komm schon. Okay. Hebel hab ich. Hebel hab ich. Los geht's. Ich will mein Bauarbeiterhelm. Nicht geht das. Müsst ja gehen. Oh, da war ich noch nie. Jetzt bin ich ja mal wieder hier gespannt. Im Prolo kommt man nämlich noch nicht dahin. Okay. Es wird spannend. Ja. Uh. Oh, die soll ich doch sammeln. Sehr gut. Leute, ich muss sie leider erstmal aufhören. Obwohl. Ne, warte. Wir spielen jetzt noch, bis der Tag vorbei ist. Dann haben wir ein Save. Guck mal, das soll ich doch der Tante bringen. Äh, unserer lieben Frau. Der alten, netten Frau. Oh, ich dachte gerade. Ich dachte, mich scheint einer an. Stehen bleiben! Hier spricht, äh, des Präsidenten. Secret Service. Was fällt Ihnen ein, im Wald spazieren zu gehen und Spaß zu haben? Guarana. Vielleicht nochmal da aus, die Traps. Ich weiß ja nicht. Wie viel wollte die haben? Acht. Alter. Oh, shit! Yeah! Cool, vielleicht sind wir jetzt hier immer Wölfe. Okay. Okay, wir sind voll. Kann man hier sonst weitergehen? Könnte man sogar noch. Wie viel haben wir jetzt? Wir haben, glaube ich, genug, oder? Boah, sehr gut. Komm, wir gehen mal kurz zu ihr. Ich falle dann bestimmt in Ohnmacht, oder? Ne, wir gehen erst mal. Wir gehen erst mal. Das machen wir nachher. In der nächsten Folge, Entschuldigung. Schnell, 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 schnell. Schnell schlafen gehen. Ah. Boah. Oh, der kommt. Oh, heute. Ah, das ist doch sehr toll, ey. Aber eigentlich sollte nichts Schlimmes sein. Das Wasser müssen wir jetzt ein bisschen weniger verbrauchen im nächsten Mal. Der Wasserverbrauch ist so. Ich hab so Hunger. Ja, nächste Folge, Leute. Bis dahin, wie immer. Haut rein, ihr seid die Besten. Das Wasserverbrauch ist so. Bis dahin, wie immer. 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 Bis zum nächsten Mal.